ui 10.000 kronkorken hat die minigun gekostet die reparatur der minigun schaut euch dieses wo ist sie nicht mal okay bisschen mehr als halb voll aber 10.000 verdammt ist die inflation ist einfach viel zu hoch ich habe einen minigun ich könnte damit eigentlich in die schule gehen wo war die schule? spring sale springvale da war die schule oder? da war es megaton, da war springvale, ja hier war die schule hinwenn die schule mit der minigun gibt es keinen besseren ort für den minigun obwohl minigun ist überkill für raiders da kann ich mich schon noch für die mallocs aufbehalten springvale links drüben hier war die schule schule ist gratis erfahrung klingt fies, klingt böse, kleine kinder, ja nein schlechtes thema heutzutage nicht in deutschland nicht in österreich aber anderen ländern aber da ist gut dass ich das auf englisch sage in deutsch meine ich sage nicht in englisch das ist die schule, ja da erinnere ich mich richtig kann ich hier rauf, kann ich den high ground ausnutzen? komm schon, du es high ground advantage, nein, ach, verdammt, kann ich nicht springvale, schule von springvale klein, ah ok, was haben wir hier, chinesisches 10mm, hab gar nicht zu viel money in meinen warten, das heißt am besten Bleierrohren, am besten Bleierrohren, so wie schleichen, hier gibt es auch irgendwo einen weg drauf, springvale elementary school, was ist elementary, ziemlich jung oder? elementary ist vorschule, glaube ich, bin mir nicht sicher, da ist ein bisschen anders drüben ach, ich verregelt schon, ich gehe in müde rum, streifen, oh schau schau, wichtig, für rösti bei den fern, oh schau, du kommst genau in meine Richtung, vielleicht für dich, gut für mich, es gibt Bleierrohren, er fällt runter, ich fahre mich hier gar nicht drüber, im Dampf, ok, aus dem weise schiesse ich dich an nicht wert nicht wert dem uni ja hilft nichts viel zu schlecht ist das nicht in der 2-hand-waffe dann müsste das ziel schon besser sein mit der auf dieses geset die waffe hat es durchs fenster rausgehauen was habe ich da kampfmesser wo ist die motorrad-handbremse fehlt noch wir müssen eigentlich dabei sein wir müssen nur rausschauen aus dem gebäude ob die die waffe wirklich irgendwo hinten rumliegt das hat gerade meine Augen gekillt 1-2 Folgen schlafen 2 Folgen circa und diese und die nächste noch hat zu wenig Gewicht das kannst du nicht auszahlen ich muss ja wieder schuldenlos werden beim Eura das Reparieren Minigun hat zu viel gekostet ok you're welcome hey da ist er ja nein keine Rüstung mehr wert hmm ein bisschen kriegen wir eine mit und reparieren gleich mal miteinander Raider Steppenrüstung was war die gute Reihe ein bisschen was für ein bisschen was verkauft es sich ok und Bremse auch ah ja schon eigentlich habe ich jetzt alles was ich fürs Rösti brauche wissen wir schon ob da die Waffe rumliegt ob ha der kotzt dick da rum ha der kotzt dick da rum Psyche dick haum das ist Psyche ist dick 100 das ist ein guter 50er dann ah ich habe die Waffe ja schon gebootet dann verdammt Jericho ich musste mich nicht im Rücken ah muss dich erst mal impfen lassen ich habe da einen Impfverweigerer nicht ernst nehmen finde ich nicht so schlimm hat sich noch nicht bewiesen dass es so viel geholfen hat glaube ich bin übrigens geimpft falls ihr euch das fragt aber ich habe auch noch nie Covid gehabt hauptsächlich weil ich ein Experte bin im selber isolieren deswegen habe ich auch einen Videospiel Channel das auch ein Musikkanal beart du kannst ich bin jetzt schon ziemlich voll mit meinem Inventar sicherlich wieder in Jericho reinschieben ok wo ist mein Blei Rohr Blei Rohr wird ja nicht verkauft Jagdflinte hätten wir auch noch nie nehmen wir mal die Jagdflinte in der Hand und was essen auch ähm dann die Boi ah Möchte ich mein Licht an, nein, hatte ich nicht, schauen wir mal ob ich einen guten Sneak-Hit kriegt, ich glaube nicht, ist das eine Kampf-Flinter? Das ist eine Kampf-Flinter, ganz schlecht. Ich hab kein Ziel mit dem Dale. Nuka-Quantum, ah, die darf ich nicht trinken. Wir sind für Nuka-Granaten dann zuständig. Nein, du. Nein, stark. Okay, okay. Zeit für... Ich bin ziemlich stark verstrahlt. Zeit für Kampf-Flinter. Oh mein Gott. Ich hab das Silberspiel. Mutiges Wasser, alles rein damit. Oh je. Ich hab deinen Hammer verloren. Es ist gut wieder. Oh, da kommt schon die Unterstützung. Ich brauch bei dem da Unterstützung. Ich glaub, jetzt ist die Stürmgewer aufgehoben. Niing. Kann ich Ihnen mit was Hilfe haben? Ich hab das splittert. Arsch, scherz. Und du denke ich,scher tiver. Auch jetzt ist der Glück, Adm rangedない! Huss. 70. 70, mach du das, финst. Was will das Handy? Canvair ist umgenietet. Gute Arbeit! Ein fetter Feit. Teufels Eier. Sehr cooles Zeug. Zu langsam, zu langsam, kommschau'n, kommschau'n, fette Notpartie Holzhammer, wir sind beide im marktlosen Zustand. Ich finde die Reparatur war wichtig, Nagelschlag kriegen, warum nicht? Na, ich hab viele Granaten, da kann ich auch wieder in die Box legen. Noch immer zu schwer. Okay. So, warum? Natürlich, wir können losgehen. Aber gern, lassen Sie sehen, was Sie haben. Klein Schrott. Anscheinend bin ich schon echt ziemlich überfullt. Blutpakete, oh, die sind auch 1 Kilo. Kein Wunder, mehr Nucca Cola für ihn. Ich nehme das Nucca Quantum auch gleich, bevor ich das trinke. Nein, ich darf Ihnen keine Waffe geben. Das ist das Problem. Jetzt nutzt er die vielleicht. So, ob ich das heute in Erinnerung, da geht's runter. Was wollte das Handy? Facebook. Und die mir noch Nachrichten schicken. Lassen wir den mal. Mal kann ich das aufsperren. Oh, das gibt's noch weitere Gegner. Was haben wir? Sehen wir die? Nehmen wir die. Schlossen leicht. Auf dem Scherz. I fell. I'm sorry. Ich werde sie sagen. Nehmt sie auseinander. Oh. Nimm dich auseinander. Das letzte Tab. Mal wichtig, sexy. Du sie mich rollin'. Du sie mich rollin'. Und ich hatte. Nimm dich. Das ist so, was wir lastet. Das ist so, was wir lastet. Das ist so, was wir lastet. Okay, Holzsummer kann ich benutzen auch. Ich bin fast noch zu überlooted. Da müsste es doch Vorkriegsbücher auch geben, oder? Hab ich noch gar keins gesehen, weiß gar nicht warum nicht. Das ist ein Wunder, dass ich noch keinen Vorkriegsbruch gefunden habe. Oh boy, mit dem Lagerraum. Anscheinend werden hier auch Leichen gelagert. Und Pugen, natürlich. Überlastet wieder. Warum nehme ich die mit? Fährt doch nichts. Freeze! Ja, was denn? Ausrüstung. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ah, jetzt gebe ich die Mächtzigaretten. Mist. Dann den Hundefleisch. Okay. Er ist auch schon überfüllt. Zeit, dass ich zuhause was liegen lasse. Hier geht es runter, ich bin noch nicht runter. Warum schaut es nach einer Bombe aus? Okay, keine Bombe. Nimm. 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 Nenn mich auch. So. Ich bin gleich wieder überfüllt. Nach jeder Folge 30 Minuten verkaufen zu gehen, ist echt krass. Aber ich habe halt so viel Loot. Ist sehr gut, brauche ich hier für die Mächtigs gleich. Hier sind die gemeingefährlich. Hier sind die gemeingefährlich. Und dann Schlafraum. Ich glaube, ich habe ein Geschoss oder Sender. Mist. Ah, ich bleibe im Keller dabei. Das führt mich in den normalen Geschoss. Wollen Sie mich verarschen? Ich werde mir den Arsch aufreißen. Na los, Jungs! Nein, nicht Jericho. Den Typen da, ja. Verdammt, Bluthekexplosion. Verdammt, bist du denn auch nicht tot? Schluss mit dem Mist, komm raus und kämpfe! Jetzt renne ich da rüber. War das schon alles? Nimm mir den Typen ab. Die Oude. Ja, nehmt sie aufeinander! Stammt! Du bist tot! Tod! Oh! 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 Sie war so perplex. Sie ist einfach weggeblieben nach dem Schlag. Wer kann sie übernehmen? Oh! Und schon wieder war lastet. Und schon wieder war lastet! Hmmm! Okay, Holzsamer haben wir noch genug, soviel Lot, soviel Lot, dann haben wir hier wieder Platz, hier. Ich hab was gefunden, ein, äh, ach egal, war nichts. Gute Arbeit, Gute Arbeit, Pris. Oh, meine Merde. Ich hab doch so viel Platz. Sehr, verdammt, ich muss mir doch einen Schlüssel holen. Ah, Mist. Nimm viel zu viel schmutziges Wasser mit. Ah, es ist grad der Salon, und Red Away hab ich auch genug. Ach, heute brauchen wir fast gar nichts. Okay, ich muss wieder rauf. Das kostet Zeit. Dann gehen wir zuerst hier rein, in den Erdgeschoss, wenn ich es schaffe. Warte. Doch, da war ich noch nicht. Soviel Spinde zu looten. Kein Looten. Eine Gefängniszelle, in der Schule. Ich hab schon lang niemanden mehr umgelegt. Nein, ich hab schon. Nein, ich hab schon. Nein, ich hab schon. Nein, ich hab schon gar nichts mehr. Okay. Okay. Oh. 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 Was wär's? Was wär's? Was wär's? Ich bin jetzt sogar ohne Helmer rum. Nicht so, dass ich wieder übern... ...meinen Kopfschuss bei mir hinbekommen. Kopf zu klein, zu wenig Tränen. Ah. Verdammt. Wo sind wir sonst noch? Okay, Schlauch. Okay, nein. Da vorne ist er in der Schule. Ah. Das gilt für ein Kassenzimmer. Bum, 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 bum. Ich glaub, ich nehm einfach die Blutpakete wie ein kompletter Idiot. Komplett falsch. Wir kommen vor, die haben immer gut Heilung gegeben, aber... ...fretten... ...kalt. ... ... ... wir sind gewappnet für was auch immer ein kampf kommen wird was auch immer ein kampf kommen wird nicht wenn wir nicht die schachtelzigaretten mit daraus wie es hier stimmt schule die schule müssen kinder eingesperrt warum ist da einer tot ah ja nur deco nur radar deco man kennt ja die radar deco hier auch überall radar deco dafür hab ich platz wenn wir sonst nen buffer reinhauen da haben wir jetzt ein paar vor drehen davon habe ich genug jetzt bekommen kleine interessanten bücher hier right away offenbar ist bier natürlich in der schule das ist das lehrerzimmer in eindeutig muss ich wieder rauf und dann wieder runter und dann bin ich auch mit der schule fertig ich habe ich schon alles getötet nein verdammt wir werden nicht auf wertvolle 30 sekunden gekostet tut mir leid die schlüssel finden wir müssen die schlüssel finden das ist ein schulhaus das ist ein schulhaus das ist ein schulhaus Man könnte fast zeigen, dass ich das, gibt es ja eine deutsche Bezeichnung dafür, also lebt noch mehr, ah ja genau in dem Raum drinnen. I was pretty much the quiet kid in school. Und dann wieder ganz vor, Altmetall. Ah. Altmetall. Ist ja nicht so, als könnte ich was aufheben. Ist das ein Ameisen-Tonus? Zur Hölle ja, es ist ein Ameisen-Tonus. Dann wird mal reingehämmert. Der hat mich noch gar nicht getroffen. Ah, jetzt. Und dann, können wir beide looten, das Ameisen-Fleisch nehmen und das Ameisen-Fleisch essen. Mir kommt dieser Dunkel gar nicht bekannt vor, um ehrlich zu sein. Vielleicht schon Bohnen und Junkbrut. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Verrammt, bist du denn noch nicht tot? Oh, gute Arbeit. Oh, gute Arbeit. Mehrermaßen vielleicht schon nicht. Mhm, hmhm. Ich kann mich gar nicht an diesen Tonnen erinnern. gonna sehen. Spiel rein. Kommen mal��면 so. Kommen ich mal so. Ich werde sie so richtig schön fern machen. Ja, ja, mach das. Ja. Ah, mein Leben kriege ich auch. Fahrt zur Hölle! Au! Verdammt. Ok, stimmt ein Gewehr. Ich habe es ja gerade bekommen. Zum Reparieren. Gute Ziel. Krass, wie viel ist hier? Oh, da kommen noch mehr. Willst du eine Ambush? Brauche ich nicht. Da haben wir uns Jet, Maddox und Psycho rein. Hilft ja nichts. Oh ja, da ist ein Ambush. Kann ich jetzt... War ja, da ist ein Ambush. Wer kennt es nicht? Ich habe trotzdem nicht noch immer genug geloot. Oh, Platz für Loot. Jetzt hätte ich mir schnell einen Rücken nehmen sollen. Jetzt hätte ich ihn nicht gebraucht. Oh boy. Oh boy. Oh, zwei Zentimeter. Okay. Hier brauche ich ja gar nicht Lücken. Hier gibt es sicher noch etwas besseres. So das. Hameisenfleisch. So viel Ameisenfleisch. Was ist das? Das Buch hier. Lass mich nicht anschauen. Warte, könnte etwas cooles sein. Okay. Hameisenfleisch. Hey, ich habe etwas gefunden. Ein... Ach egal. War nichts. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Natürlich. Lass mich nicht. 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 Lass mich hier rauskauen. Lass mich nicht. Doh gön For Buying? Anscheinend sollte ich mir den schweren Rücken echt schonmal ausrüsten da. hier gibt es nur einen ausgang der direkt rausführt umbrennen und dann wieder zurück zum verkaufen work before bye oi out oi out